Damit wäre die Frage um Sarah Lombardis, 26. Beziehungsstatus wohl endlich geklärt. Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um die Sängerin gewaltig. Weil es um sie und Freund Roberto verdächtig still geworden war, war für viele Fans gleich klar, zwischen den Turteltauben ist alles aus und vorbei. Sarah selbst hüllte sich diesbezüglich lange in Schweigen, doch nun trotzt sie mit einer Instagram-Story den Liebesausschlagzeilen. Sie genießt momentan das schöne Wetter auf Mauritius, begleitet wird sie von keinem Geringeren als Roberto. Tipps für Promiflash Tipps für Promiflash